Die Bilder von Neo Rauch führen in eine surreale Welt. Sie führen uns auf eine Bühne und die gezeigten Personen agieren auch wie im Trance oder wie in einem Theaterstück. Die Situation des Künstlers hat sich verändert in den letzten Jahrzehnten. Der Künstler ist Teil eines Systems geworden, stärker als es vorher der Fall war. Der Inhalt, das was man spürt, hat natürlich ganz konkret auch mit ökonomischen Verhältnissen zu tun. Das Bild führt uns in den Raum, in dem die kreativen Gedanken entstehen, das Atelier eines Künstlers. Der Künstler ist eine zweigespaltene Persönlichkeit. Er ist vielleicht nicht ganz frei, was seine Arbeit angeht. Er fühlt sich vielleicht bedrängt. Dies könnte eine Atmosphäre andeuten, in der der kreative, der gestalterische Raum eines Künstlers gefährdet ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017